Hallo, mein Name ist Sascha Klubsch, ich bin 29 Jahre jung und der designierte Prinz Sascha der Erste für die kommende Karnevalssession 2024. Ich bin im Bürgerlichen der Friedrich Klubsch und in diesem Jahr die designierte Jungfrau Frieda. Weil der Name Klubsch so schön ist, ich bin Werner Klubsch, ich bin der designierte Bauer von 24 und freue mich genau wie meine beiden Mitstreiter, riesig. Ich habe das Dreigestirn im Fernsehen gesehen und habe gedacht, boah, das würdest du auch gerne machen. Und ab daraufhin meinen lieben Bruder angerufen und hat gesagt, hör mal, hast du nicht Bock Dreigestirn zu machen? Und er meinte, ja, weiß nicht, ich muss jetzt mal zu Hause nachfragen, ob die da überhaupt mitspielt. Das kam aber auch ganz schnell, also er hat nachgefragt, eine Stunde später hat er schon den Anruf, ey, geht klar. Aber ich mache nur den Bauer. Dann sage ich, ja, ist ja gar kein Thema, weil ich möchte eh nur die Jungfrau sein. Und dann meinte er, ja, super, jetzt sind wir zwei schon da und wir nehmen wir in die Mitte. Dann habe ich nur gesagt, ja, einen Prinz haben wir ja schon zu Hause. Weil da muss man erklären, dass er wirklich seit klein auf nur mit Lego und einem Duplostein jeden Rosenmontagszug nachgespielt hat. Er hat halt noch ein zweites Hobby, er spielt Eishockey. Leider Gottes waren wir immer am Rosenmontag auf irgendwelchen Turnieren, beziehungsweise über die Karnevalstage, sind Rosenmontags morgens angekommen. Dann hat er nur gebettelt, bitte, bitte, lass uns zum Zug gehen. Und er war total übermüdet, ich war total genervt und übermüdet. Und dann mussten wir wirklich unter den LKWs herkrabbeln. Und dann hat er sich den Zug bis zum Ende reingezogen und hat dann immer gesagt, Papa, und irgendwann stehe ich da oben. Ja, und dann blieb gar nichts anderes übrig, wie den Junior als Prinz zu machen.